Es ist aber ein Charakter. Was ist das für ein Bauch, Alter? Hallo, nur weil ich ein bisschen dicker bin? Guck mal, eine CD von Ferdinand. Nein! Nicht, nicht, nicht. Das gibt es doch nicht. Bitte, lass uns. Weihnachts-Teddies, unten in der Beschreibung. Genass, Genass, lass mal den. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh nein, den, den. Ach, scheiße. Oh, ich glaub, wir sollten uns rein... Wah, Wahle auf Jeremy. Oh, Scheiße, das ging... Warum war das so schnell? Vorbei. Nein! Auf dem Dach, da. Au, was? Hast du mich gerade geschickt? Nein. Warum bist du unsichtbar? Salt um! Hey, was? Du fixst, was machst du denn da? Ich kann dich jetzt... What the fuck? Hey, du fixst. Er ist im Black Dall gegangen. Was, was, wo? Ah, das finde ich nicht ganz sichtbar. Alter. Wow. Oh, hier. Hier, 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 hier. Komm, nicht rein. Fuck, ich hab's gemerkt. Okay, okay. Alter, wie du ausschaust. Perfekt. Oh, wer ist denn da schon wieder auf dem Dach? Ronald McDonald. Ja, aber warum bedienst du Leute auf dem Dach? Das geht dich nicht aus, wir sind nur Maskottchen. Seid ihr außerhalb der Map? Also, irgendwie kann ich deine Ohren sehen. Ja, ich dachte... Ja, Leute. So rausgeglichen sind sie ganz groß bestimmt. Ja, Alter. Ich glaube, er sieht uns nicht. Äh, alles klar. Er hat uns nicht gesehen, gut. Ich weiß echt nicht, wo die beiden sind, Albert. Komm mal her und hilf mir suchen. Lass uns mal in diesen Raum reingucken. Okay, aber hier, was mit dem Schwanz? Du... Tschüss, Leute. Oh, mein Scham schmach, hier ist ein Echsen. McNuggets. Hey, warte, ey. Wir kennen das, wir kennen das, wir kennen das. Wie nur McNuggets? Pass auf, wir kennen das. Warte, warte, warte. Ähm... Alter, Maxi, diese Kleine. Ich bin doch gar nicht hier, was... Alter, Maxi ist so klein, das ist voll fies. Oh, ich wollte dich gar nicht fragen. Alter, der kann sich selbst in dem kleinsten Gras verstecken. Ist jemand von euch... Wofu? Ich... Nein. Pass auf, geh ins andere Raum rein. In welchen anderen Raum, hier sind so viele Räume? Geht der durch, dadurch leider nicht dort hin. Alter, Alter. Du bist zwar ganz schön hässlich. Ja, ziemlich hässlich. Stellbar. Ist da oben? Shots have never been so fired, man. Ha! Muss direkt weg. Mit der Klo rein, hier gar gibt es ein Problem. Au. Lass mich doch mal abspülen. Komm von oben. Hi. Auf dem Dach ist einer. Und einer ist unten. Niemals. Hinter dir, Achtung. Alter, Maxi. Geil, geil. Es ist niemand auf dem Dach. Warum immer Maxi von hinten? Ich kann den Namen sagen. Ja, sag mir den Namen. Steve Brown. Alfons. Ja. Nein. Nein. Oh, come on. Yeah. Ingeborg. Ja. Renn von der Sinnen. Renn von der Sinnen. Okay. Hä? Pokémon. Pokémon go. Pokémon go. Hilfe. Are you kidding me? You kidding me? McDonalds go. Ich weiß, ich gehe jetzt hin. Nein, 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 nein. Willst du das machen, damit ich kann? Kata, 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 Kata. Ich habe dich. Kata, komm zu mir. Geh weg. Ja, komm doch her. Hilfe. Komm du doch her. Ich stehe da mit McDonalds. Alle gleichzeitig. Okay, jeder sagt ein Wort und am Schluss gibt es ein Sack. Trau dich einfach. Renn, schnell, schnell. Nein, nein. Die Dächer. Komm Maxi, du machst das. Mach das Fernsehen. Ach du Felix, komm. Warum hast du schon aufgegeben? Scheiß Eindexe. Kein Bock mehr. Ich komme. Na ja, wenigstens stehe ich auf dem Behindertenpark. Warum bist du so schnell? Wow. Holy shit. Wow. Alter, wie sind wir hier aus der Map rausgekommen? Das ist unglaublich. Wow. Wow, guck mal. Ich lebe jetzt von oben. Oh, Pudis, guck die lila Sterne. Ich komme. Wow. Oh mein Gott, die Map ist so klein. Geil. Alter, die haben voll den Spaß. Meinst du, wie seid denn zu denken? Wow, guck mal. Nach der Bar. Wir haben viel mehr Spaß. Vertraut denen nicht. Oh, damit kann man fahren. Ich packe mich echt öffnet. Guck mal, der Warp-Burger. Da war auch noch 8. Oh Mann, ist das spaßig. Hier außerhalb der Kataklanze ist an der Stange. Oh mein Gott, geheime Tür, geheime Raum, geheimes Haus, geheime Pflanze. Da redet gleichzeitig, sodass niemand was versteht. Oh mein Gott, wir sind zu 6. Das ist normal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast es gesehen. Oh mein Gott. Was macht Pudis? Komm mal zu mir. Ich habe da was gefunden. Ich glaube. Schau dir diese Achterwahl an. Ich glaube, diese geheime Welt ist ein bisschen ständig. Ich möchte ja nichts sagen, aber das ist das Problem. What the fuck? Oh mein Gott, das ist eine geheime Welt. Ähm. Warte, ich bin wieder im Baum. Ich bin ansehnlich fein. Ich habe Scherner gerade ganz kurz gesehen. Jetzt bin ich ihn auf einmal nicht mehr. Oh Mann, den habe ich gar nicht gesehen. Der kam einfach so aus dem Nichts. Woa. Die haben sich nicht gesehen. Ich war zu sehr ein Wusch. Komm in mein Arme. Schade. Oh, schade. Du bist in mir drin. Rücken an der Rücken. Im Gehirn zusammen. Ich bin unten. Komm her. Komm her. Oh, oh, oh. Ich lenke sie ab. Ich lenke sie ab. Ich lenke sie ab. Komm, Hilfe. Ich kann die nicht fahren. Willst du die Chicken Nuggets? Ja, die sie. Oh nein. Ich bin so gern da drin. Lauf, 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 lauf. Die Wohrwacht. Okay, ähm. Tschüss, Katja. Ich bringe mal den Müll weg. Jo, mach das. Ich bringe, ich hole mir eine Chicken Nuggets ab. Ich bin auch nicht mal eine Chance. Meine Hörner haben rausgekuckt. Meinst du, Fufu, der kann es denn kommen? Ja. Hallo. Warn dich, du gib dich auf. Wo bin ich denn gekommen? Oh, Clowns. Alter, von der anderen Seite. Natürlich. Okay, mal schauen, wer als erstes gefangen wird. Oh, ich twerk, ich wackel mit meinem Arsch. Hier. Hi. Hi. Danke. Mach einfach zu und lass uns alleine. Oh Gott, du hast die beiden eingefroren. Rette mich einfach weiter. Rette mich. Ich rette euch. Ich rette euch. Ich rette euch. Ich rette euch. Was macht ihr denn da? Mach zu. Nein, 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 warte. Hab der Wamm, hab der Wamm. Was passiert hier? Gott, nein. Komm. Nein. Das war's. Hi. Nein, 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 er schafft das. Hä? Was ist mit dem? Er schafft das. Er schafft das. Er schafft das. Los, 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 los. Los, los, los. Warum wird der nicht gefangen, wenn ich in ihm drin bin? Nein, ich will an Aufrei sein. Oh. Nein. Fuck. Was? Nein. Ich bin genau hinter dir. Das war gut. Ich fordere, löse Geld. Oder es gibt ein neues Produkt im McDonald's. Doppel Albert. Oh. Boah. Magdoof X. Wie schmeckt der denn? Albertisch. 19 Sekunden. Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, lauf, 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 lauf. Kier. Was? Ich hab dich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wusste, dass ich... Nein. Scheiße, ich bin so langsam. Rettet mich, rettet mich. Nein. Veränder dich. Los, der hat die Tür, wenn ich aufgibt. Ah, nein. Ja. Ja. Gewonnen. Heidas win. Yeah, gewonnen. Die Legende hat zugeschlagen. Ich war davor hier. Ich glaub, die sind die ganze Zeit mir vorbeigelaufen. Was? Komm auf mich. Mach deinen Schwanz weiter nach hinten. Okay, klingt... Aber ich glaub, deine Fresse guckt durch. So. Immer, ich bin gestorben mit Ehre. Geh aufs Dach, geh aufs Dach. Ich schwör, geh aufs Dach. Die Parkplätze sind perfekt. Maxi, geh aufs Dach. Hau. Die stehen alle an für den McDrive. Nein, puh aufs Dach. Der McDrive soll's mal ein bisschen vorwärts machen. Die stehen da alle an. Alter. Was? Oh, schade. Das geht doch. Maxi. Du Burpee King. Siehst du das? Okay, wir reden gleich drüber. Ihr hätt nicht geredet. Ja, ich glaub... Ich komme, Maxi. Nein, warte, das ist nicht fair. Warum bist du so dick? Wufu. Tut mir leid, ich liebe McDrive. Ich erfülle dir einen Wunsch. Wufu. Warte, warum krieg ich dich nicht? Was ist denn das hier? Was ist denn jetzt dieser Pikachu? Warte mal, du findest das Pikachu merkwürdig? Hast du dir mal den LKW angeguckt? Das ist doch nur eine Flasche. Ich hab es und du es. Alter. Flasche. Ich mach dich Flasche leer. Fuck. Da ist der Karpodor. Da war der Karpodor. Ich guck... Da ist der... Wo? Was? Komm. Wo ist der Karpodor? Da, da ist er. Da war er. Alter, was? Wo? Da? Guck dir das Skelett an. Meine Rippen gehen dir bis zur Nase. Alter, dein Becken ist immer hart, ey. Oh, wow. Oh, da sind Kinder. Flaschen mit Kindern. Okay, lieber super Kollegen. Wo sind die Gegend? Wo sind unsere Kinder, die wir suchen müssen? Wo sind sie? Nein, ich dachte, das fällt nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Diese Pose. Oh, wir haben Bock, auch du riecht durch. Ich seh nichts. Also langsam blick ich da nicht mehr durch. Brauchst du nicht. Du brauchst nur großen Hunger. Du brauchst nur großen Hunger. weil ich ein bisschen dicker bin? Wuhuhu. Hilfe. Ich weiß aber, woher ist. Alter. Wie soll mit denen fangen, wenn mir der Passee weiß? Guck mal, eine CD von Ferdinand. Nein. Nicht. Du bist da nicht. Bitte, lass uns. Ich bin der Superheld. Na, Katja. Was ist los mit dir? Nein, rettet mich. Nein. 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 Ja, Katja. Das willst du, bitte schön. Ich bin, ich bin Freddy. Wow, du bist in Animatronic ohne Kopf. Warte mal, jetzt ohne Spaß. Ey, du bist gerade dunkler. Ja. Es ist nachts im Ding. Hey. Hier ist ne Waffe. Peng. Peng. Ähm. Ich bin super grün. Ich bin super grün. Merkst du, dass ich gerettet bin? Ich bin Foxy. Du siehst aus wie so ne Ersthilfe-Trainingspuppe. Ich bin Foxy. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt auf Gmod, dann findet ihr links ein Video von chronicgames.de. Und wenn ihr Lust habt auf das letzte von mir, dann seht ihr rechts Tabs. Und denkt an die Weihnachtstäddies. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.